hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play football tactics and glory gegen den tsv harville geht es jetzt ran und ja na sehr schön halt mal bitte den ball sollte es in der zwischenzeit ein bisschen rücken tut es mir leid ich bitte das zu entschuldigen aber ich bin gerade nebenbei am hochladen für heute obwohl my time at forscher als auch football tactics and glory und die hair die letzte folge ist etwas kürzer geworden das tut mir sehr leid diese folge wird auch etwas kürzer aber ich sag mal so es gibt ja zwischendurch immer mal folgen die dann dafür etwas länger sind kommt der zwischendurch immer mal vor von daher gibt es glaube ich schlimmeres ich glaube ok so krass abgefangen morlock wurde doch den ball dann so du hast auch kein einfacheres spiel jetzt sagt nicht ihr wollt die ganze zeit den ball halten alter dann werde ich aber fickrig dankeschön so Das war's. Komm schon, Freunde. Sehr schön. Ach, wiese. Du brauchst unbedingt ein bisschen Verteidigung. Du brauchst unbedingt ein bisschen. Da ist nichts besonderes. Halt. Marcella ist voll am Arsch. Statt sehen. Nehmen wir mal Wittmann mit. Nehmen wir mal. Meierhofer. Trenbach. Ach so, ich hätte vielleicht noch Dings nehmen sollen. Den auf Verteidigung trainieren. Oder generell mal hier Verteidigung, Kontrolle, was das Herz halt so begehrt war. Gehe du mal wieder auf deine Position zurück. Ja. Ja. Tuch anzeigen. Ach, das ist ja gar nicht mein RS. Ich habe ja gar keinen RS mehr fällt mir mal gerade so auf. Oder? Nö. Ja. 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 Oh. Ach Leute, sehr schön abgefangen, sehr schön. Schön. So, abgeland. Ach Wiese. Oh nein. Toll. Hat ja super viel gebracht. Das war nicht so gut, dass der bald angekommen ist. Das war nicht so gut. Halt mal bitte den Ballkegel. Halt mal bitte den Ballkegel. Ja, verkackbar. Toll. Danke Wiese. Scheiße ey. Halt mal bitte. Ahhhhhhhhhh Nein, nein, nein. Ja, es kommt halt nicht mal an. Hallon. 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 Hier unser Toilet, ihr könnt es euch auch. Oh, plus 2 fans. Immerhin. Mhm. Oh, oh, oh. Oh, Entschuldigung. Müller. Oh, 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 oh. Mach denselben Schuss nochmal, denselben Schuss nochmal, kein Problem. Ich hab schon wieder vergessen, die auf Verteidigung zu trimmen. EGET, was soll denn der Scheiß? Ja, dich kann ich leider nicht anspielen. Dich kann ich anspielen. Dich kann ich nicht anspielen. Dich kann ich nicht anspielen. Dich kann ich nicht anspielen. Bombe. Tospatro! Hoppa! Dospros.. Was? ob es freunde ob sie pancho oh nein die mal wieder zurück in deinen bereich alter das ist ja jetzt ehrlich und wolltest du den köpfen leider hauptsache der ball kommt weg bäcker schön abgefangen hackers alter willst du mich komplett verarschen verdient richtig schön richtig schön da werden gewaltschutz besser gewesen aber ganz ehrlich werden die schon so auseinander genommen das war schon ok das war schon gar nicht so schlecht das einzige was wieder belasten wird ist der sommer 1 jetzt mich eigentlich verarschen ja fast naja zieheis Schön abgefangen. Leider auch schön abgefangen. So, tää ... Lass den해� likieren. Verlust und roll. Einfach abgenommen. Schön. Rossmann hat einfach 30 Genauigkeiten. Willst du mich verarschen? Ja, die Grätsche, Alter. Pass auf. Warum bist du schwach dagegen, weil du kaputt bist? Ja, die Grätsche. 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 Schön. Jetzt fangen wir den Ball ab. Schade. Unentschieden. 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 Ich habe den dritten Platz in der Liga, ich habe gerade unentschieden gespielt. Okay, das zeigen wir wohl auf. Mal gucken was uns erwartet. Erstmal den Sponsor wählen. Platz 3, Platz 2, unser Büro. Schon okay. Ja. Ist egal. Alter 19 Stufe 18. Wir gucken wir uns doch mal an. Erstmal, du wirst ja wohl sowas von verlängert. Du auch. Okay. Okay. So, machen wir so. Dann würde ich sein. Du auch mal ein bisschen Verteidigung bitte. Wie sieht es hier aus? Steig auf. Ja, wo lass ich dich denn spielen? Der kann eigentlich alles so ein bisschen. Das spielt noch. Ein Jahr, acht Monate. Okay. So. So. Das war jetzt so nicht geplant. Du kommst erstmal wieder für Hacker Star rein. Steiger kommt so lang für Wiese rein. So. Dann spielen wir. Wobei. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. weil die Folge ist schon eigentlich länger als eigentlich geplant. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Hacker rein. Und ciao.